Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Happy Reads. Ich habe schon alles eingestellt auf Waiting und Heute. Dann spielen wir Mountain Clip von Wado Melon. Click to yeet, Timmy, okay. Oh nee, ich habe Timmy verloren. Willkommen im Mountain Clip, made by Wado Melon. Check out mein YouTube. Ein bisschen Eigenwerbung, Leute. Schadet ja nicht. Müssen wir einfach hier jetzt den Berg hochfahren und da passiert eigentlich nichts besonderes. Ach toll, jetzt haben wir beide Arben verloren. Okay, das ist so ein Level. Das Level ist bestimmt so scheiße nervig. Fängt ja schon mal richtig gut an. Oh, zu weit. Oh, diesmal aufpassen. Oh, nicht runterfallen. Okay. Was ist hier? Was ist hier? Das Script. Oh, welcome to the camp of rocks and stuff. Okay. Ist hier coole Sachen, die wir angucken. Gotta go fast. Okay, warte. Irgendwas. Oh, shit. Die Rapunen sind ja gar nicht ausgelöst worden. Okay, ich glaube, das war gerade ein kleiner Troll. Also diese Leute. Oh, oh. Wow, wow, wow. Oh, ne, oh, ich dachte, ich platze gleich wieder. Oh, scheiße. Oh, ne, ich hab's geschafft. Ich hab's überlebt. Ähm, passiert. Oh, ne. Please wait nicely. Nö. Sword throw von den Drasmus 2006. Okay. Die Level ähneln sich. Also, 99% Level. Alter, wieso ist das so unnormal laut? Haben die 20 Flammen denn geklatscht? Jumbo von Cody2202. Ähm, ich hab jetzt... Okay, ich hab grad nicht... Also, ist das aber ein Ball... Ein Ballfall? Oder wie auch diese Kacke heißt. Ich glaub schon, oder? Ähm, passiert da noch? Äh, ne. Ich glaub, ich muss aber nur runterfallen. 222 von Emra Co. Ah, okay, sowas. Okay. Äh, und... Okay, das war absolut nichts. Oh ja, perfekt eigentlich. Oh. Okay, ich glaube... Ich glaube, ich hab's überlebt. Passiert hier noch... Ne, da passiert gar nichts mehr. Freeze Wall von Dooch Vlogs. Okay, Freeze Wall hab ich schon, glaub ich, ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Das ist eigentlich eins der Level, die ich auch am meisten mag. Oh, 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 oh. Ähm, okay. Ich glaube, ich glaub... Nein, nein. Das wird nichts. Wow, was ist das denn? Oh, nein, nein. Aha, ich platz gleich. Ich geh weg von mir. Okay, ich bin noch... Timmy. Wow, ich dachte, ich platz jetzt. Alter, die Sounds sind so laut. Ich hab mich grad richtig hart erschrocken. Eat an Apple von Lulnupka. Click two times on... Eat the Apple. Okay, ich hab grad einen Affili. Okay, das war echt... Die Level sind so... So scheiße einfach. First Level von... Bro, 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 bro. Ja, geiler Name auf jeden Fall. Zwei hart. Und einmal wegkicken. Nein, oh, ich dachte, jedes Mal... Ich dachte, dass ich jetzt jedes Mal auf den Kopf lande und mein Kopf platze. Ey, ich hab mir... Ich hab mir sogar das... Die... Haben mir sogar das schwer nicht in den Kopf gerannt. Homischerweise, oh. Wow, nicht mal Kopf landen. Nein, geh weg. Geh weg von mir. Puh. Ich dachte, ich dachte, ich sterbe jetzt wieder. Ähm, ich ja. Okay, das ist schon das Ende. Ein sehr interessantes Level auf jeden Fall. War sein... Erstes Level, aber kann man schon verstehen. Das ist ganz okay dann. Blender 2.0 von Aqualie ZZXX. Ach, diese Namen sind alle so dumm. Okay. Ah. Oh, ist das laut. Okay, so ein Level also. Da freut man sich aber richtig drauf, das zu spielen. Get the Jam von... Mohamed war irgendwas. Keine Ahnung. Oh, also. Okay, so ein Level also. Ich dachte, ich muss da rüberspringen. Aber ich wurde einfach instant umgebracht. Nein. Jetzt mit ein bisschen mehr Andauf. Komm schon. Nein, zu... Huh. Huh. Das war gerade richtig knapp. Ja, jetzt kommen da tausend... Tausend andere. Nein, 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 nein. Hä? Wie hab ich das überlebt? Ich bin... Der hat... Der ist durch meinen Arsch und wieder rausgekommen. Nein! Alter, das sah mega ungezund gerade aus. Alter, das sah echt komisch gerade aus. Gefühlt 20 Minuten dran gesessen, aber ich glaube, ich hab das jetzt. Nein, ich hab's doch nicht. Boah, nee. Kann man auch auf das Level, Alter. Nee, nee, nee. Das tut mir nicht, Jan. Matrix von Denzlam15. Hört sich auch ganz interessant an. Ah, so ein Level. Okay. Das ist echt... Was? Das ist echt nichts Besonderes. Ich meine, wieso machen alle immer die gleichen Level? Kann man sich nicht was ein... Einfallen lassen, was dir denn nie so langweilig ist? Dann machen wir halt von Matrix von... Nochmal Matrix Normal von Teil GoPro 1907. Okay, absolut das Gleiche. Obwohl, vielleicht auch nicht. Wow! Habt ihr gerade diesen Move gesehen? Ja, gut. Auf jeden Fall ein ganz krasser Move von mir. Aber ich sag mal, es reicht für die Folge. Schreibt mal ein... Äh... Ein Ausrufezeichen. Nee, hatten wir schon. Schreibt mal ein großes Q in die Kommentare. Da sind hier noch ein paar Videos. Oben noch Playlist. Und dann sehen wir uns noch irgendwann mal in einer anderen Video-Leistung. Wo war denn mal? Tschüss. Und dann sehen wir uns noch mal in einer anderen Video-Leistung. Und dann sehen wir uns noch mal in einer anderen Video-Leistung. Und dann sehen wir uns noch mal in einer anderen Video-Leistung.